Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Paddy Mermaid Webinar von TSK Bern. Ich bin Dejan, ich arbeite schon ein paar Jahre bei TSK Bern und habe das Glück, einen Paddy Mermaid Instruktor zu sein. Ich freue mich, euch in den nächsten paar Minuten etwas über unser Programm zu erzählen, das wir jetzt ganz neu getroffen haben. Und dann starten wir gleich mit der Präsentation, die wir hier vorbereitet haben. Also, wie gesagt, das Paddy Mermaid Programm, wir sagen bewusst für Kinder und andere Begeisterte, also eins vorweg, die ganze Mermaid Geschichte ist nicht nur für Mädchen, für Kinder gedacht, sondern wirklich auch für die Erwachsenen oder auch, wenn es Jungs gibt, die das auch interessiert sind, natürlich bei uns alle herzlich willkommen. Wir werden einen kurzen Überblick haben, was wir hier überhaupt für Kürse haben im Rahmen des ganzen Paddy Programm. Wir werden auch schauen, was wir für Materialien haben, für Flossene bei TSK Bern, was wir machen in diesen ganzen Kürsen, was der Inhalt ist. Und dann werdet ihr auch noch sehen, wer die Gesichter sind, hängen dann Mermaid Instruktoren bei uns. Und ja, dann starten wir. Und zwar ist es ja so, dass Paddy, wenn Paddy etwas rausgibt, ist es immer ein komplettes Programm. Es ist nicht einfach ein Kurs, sondern wirklich immer ein ganzes. Ich hoffe, ihr seht meine Maus und sonst auf der linken Seite vom Bildschirm sieht ihr die ganze Instruktorstufe. Und das gehen wir jetzt heute nicht darauf ein. Wenn jemand Interesse hat, einfach uns ein Mail schreiben und dann schauen wir das gerne näher an. Paddy hat vier Kürse entwickelt. Und zwar ist die Discoverer Mermaid Experience. Das ist wirklich ein Schnuppertauchen, mal die Flossen anlegen, die Poolhüpfen, schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Dann gibt es den Paddy Basic Mermaid Kurs. Das ist der erste Kurs, das ist der Anfängerkurs, wo man am Schluss vom Kurs, wenn alles bestanden ist, wirklich auch seine Mermaid Brevetierung bekommt. Aufbauend auf das ist der Paddy Mermaid Kurs, wo man nachher ein bisschen mehr ins Detail geht, wo der Kurs auch ein bisschen länger geht. Auch hier gibt es wieder eine Brevetierung, die zeigt, dass man alles erfüllt hat. Und am Schluss gibt es noch den Advanced Mermaid Kurs. Auf diesen Kurs gehe ich heute auch nicht speziell darauf ein. Bei Interesse könnt ihr euch natürlich sehr gerne melden und da geben wir euch auch detaillierte Infos. Wie gesagt, bei PSK haben wir aktuell den Paddy Basic Mermaid Kurs und den Paddy Mermaid Kurs, den wir anbieten. Auf diesen zwei gehen wir jetzt ein. Eine ganz kleine Erklärung, warum wir den Discover Mermaid Experience nicht ins Programm genommen haben. Und zwar ist es relativ einfach. Der Discover Mermaid Experience und der Basic gehen genau gleich lang. Es ist zwar nicht ganz so der gleiche Inhalt, aber wir haben gefunden, wenn man schon mal einen Kurs macht, dann will man doch nachher auch das Brevet haben, das sagt, dass man eine Basic mehr Jungfrau oder mehr Mann ist. Der Paddy Basic Mermaid, für den können wir es machen, muss man gute Schwimmkenntnisse haben. Es ist natürlich nicht ganz ohne mit einer Flosse zu schwimmen. Teilnehmer müssen 25 Meter ohne Schwimmhilfe schwimmen und drei Minuten an der Oberfläche treiben können. Der Kurs ist ab 6 Uhr ausgeschrieben. Also Kinder, die gut schwimmen können, schon ab 6 Uhr. Das ist natürlich mega spannend. Der Kurs geht etwa 2 Stunden. Und am Schluss, wenn ich es schon erwähnt habe, hat man die Paddy Basic Mermaid Prevetierung. Anschauen wir im Basic Mermaid einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil der Theorie. Einen kleinen Exkurs an die Sicherheit angeht. Wie man mit dem Material umgehen muss, wenn man es vorbereitet. Ganz wichtig, wie geht man überhaupt ins Wasser. Mit zwei Beinen ist es ganz etwas Einfaches. Mit der Flosse ist es etwas ganz anderes. Und man bespreche alles zu bequemen Schweben an der Oberfläche. Im Pool schwimmt man natürlich wie eine Meerjungfrau. Da muss man zusammen üben, dass es auch schön aussieht. Dass man sich gewisse Gratze hineinbringen kann. Wir schauen mit den Teilnehmern an, wie die ganze Atmung sollte sein. Es ist wichtig, dass man wirklich schön einatmet und ausatmet und die Vorbereitung gut ist. Denn man will ja nicht einfach abtauchen und wieder hochkommen. Dann das ganze Abtauchen ist alles ein Thema. Eine Meerjungfrau ist ja sehr elegant. Und da wollen wir ja nicht abtauchen, dass alles darum abgespritzt wird. Und was man auch übt ist, ohne Maske zu schwimmen. Der Kurs ist eigentlich mit der Maske. Es gibt aber einen Teil, wo man das auch mal ohne Maske macht. Der Paddy Mermaid Kurs. Dort ist die Anforderung ähnlich, was die Schwimmkenntnisse angeht. Also gute Schwimmkenntnisse braucht es. Man muss dort schon 50 Meter ohne Schwimmhilfe schwimmen können. In den meisten Hallenbädern sind es 50 oder 25 Meter Bäckchen. Da müsst ihr auch nachfragen, dass ihr vorab üben könnt. Man muss 5 Minuten Bekoema Oberfläche treiben können. Und man muss schon Paddy Basic Mermaid privatiert sein. Das Mindestalter für diesen Kurs ist 10 Jahre alt. Und geht 6 Stunden. Das habe ich schon vorher erwähnt. Bei Paddy Mermaid geht man auch etwas tiefer in die ganze Mermaid Materie. Und man geht auch viel länger in den Pool. Also einfach zwei Lektionen statt nur eine im Basic. Am Schluss des Kurses, wenn auch die Anforderungen erfüllt sind, hat man dann das Paddy Mermaid Brow. Inhaltlich geht es, wie gesagt, etwas tiefer. Man schaut an, was passiert im Wasser mit der Tiefe, mit dem Druck. Wir haben überall ein bisschen Hohlräume. Und was passiert, wenn wir abtauchen. Und so weiter. Natürlich nicht so tief wie beim Tauchen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass sich eine Meerjungfrau das auch bewusst ist. Dann schauen wir auch an, was das Wasser als Freifluss hat. Also man hört ja und sieht anders im Wasser. Das weiss ja jeder, der schon mal schwimmen ist. Es ist völlig etwas anderes. Die Kälte ist aber auch ein Thema. Man bespreche sicher auch nochmal die Atmung. Man bespreche auch die ganzen Techniken verfeinern und bespreche. Dann durch den Exkurs Mermaid versus Freediving. Einige werden vielleicht das Gefühl haben, das ist ja das Gleiche. Nur hat man beim Mermaid eine Flosse an. Das ist etwas anderes. Freediving hat komplett andere Ansprüche, wenn es abtaucht. Also der Freediver hat komplett andere Ansprüche, wenn er abtaucht, als jetzt ein Mermaid. Wir bewegen uns nachher in einem Umfeld beim dynamischen Tauchen. Also wir schauen, dass man etwas weiterkommt, wie man sich bewegt. Und die ganze Sicherheit, die auch nochmal ein Thema ist. Im Pool holt man das vom Basic nochmal wieder und zusätzlich noch das ganze statische und dynamische Tauchen. Also einfach die Luft anhalt und ruhig im Wasser sein. Und aber eben, wie vorhin gesagt, die Dynamik, also während dem Schwimmen, dass man möglichst lange im Wasser bleiben kann mit einem Atemzug. Das Abtauch ist auch wieder ein Thema und erste Figuren. Also es gibt Mermaid Bubbles oder den Mermaid Kuss, den man üben kann. Und das wird auch im Paddy Mermaid Kurs gemacht. Jetzt gibt es vielleicht einige von euch, die sich fragen, warum ich einen Kurs besuche. Ich kann ja einfach eine Flosse kaufen und ins Wasser gehen. Kann man. Das ist so. Das ganze Mermaid Kurs hat aber doch auch ein paar Sachen, die sehr, sehr spannend sind zu entdecken. Und zwar auf einmal zeigen wir euch das Material und wie man es anwendet. Ihr werdet es nachher sehen. Ich habe ein paar Flossen vorbereitet. Es sind nicht alle Flossen gleich. Es sind auch die Materialien gleich. Es leitet sich nicht jede Flosse gleich an wie die andere und so weiter und so fort. Auch Brüllen ist immer ein Thema. Wie gesagt, wir machen mit Brüllen grundsätzlich Mermaid Kurs. Das schauen wir alles an in einem Kurs. Was ihr natürlich nicht habt, dann kauft ihr vielleicht eine Flosse und merkt, sie ist schwer für mich oder es passt ja gar nicht und so weiter. Dann zeigen wir, wie auch schon erwähnt, diverse Techniken, um zu abtauchen. Es muss schön sein. Man will elegant aussehen. Man kennt alle die schönen Bilder von Mermaids. Das ist ein super Beispiel. Wir wollen auch so elegant sein, wenn wir die Flossen annehmen. Und nicht wie eine Tollpatsche im Wasser herumtümpeln. Und das lehrt man in diesen Kursen alle. Wie eben Meerjungfrauenbläse, wie sie zu tun stehen. Oder dieser Meerjungfrauenkuss, der ganz, ganz spannend ist. Und was ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, weil uns auch das Thema Herzen liegt, ist die ganze Sicherheit, dass unsere Mermaids sicher tauchen können. Dass sie wissen, wie reagieren, wenn ein Problem kommt. Oder es eben gar nicht so weit kommen. Weil sie wissen, wo es allenfalls Sachen entstehen können. Unsere Ausschreibungen. Ich möchte euch ganz schnell zeigen. Für die, die uns eigentlich noch nicht so gut kennen, die die ganzen Ausschreibungen finden. Und zwar gehen wir schnell auf unsere Homepage. Jetzt könnt ihr eigentlich unsere Homepage sehen. Tsk.ch, da kommt ihr auf unsere Hauptseite. Ihr könnt nachher bei Tauchkursen, bei Kids und Juniors gehen. Hier nochmal erwähnt. Unsere Mermaidskursen sind nicht nur für Kinder oder Juniors. Es dürfen sich auch Erwachsene anmelden. Es müssen sich auch nicht nur Frauen anmelden. Wir lernen Jungs auch sehr gerne bei uns lernen Merman werden. Und zwar kann man nachher ein wenig runter scrollen. Und dann kommt man eigentlich schon auf unsere beiden Mermaidskursen. Das Basic Mermaids, der ja der erste Kurs ist, den man besuchen kann. Wo ihr alle Infos nochmal habt. Über die Kursdauer für 2 Stunden. Die Ausrüstung ist bei beiden Kursen drin. Ihr müsst selber noch gar nichts haben. Dann könnt ihr es wirklich auch testen. Was gibt es? Wie kann man es brauchen? Mit was bin ich wohl? Bevor ihr nachher etwas kauft? Genau. Ihr findet nachher nochmal den Kursinhalt, die Voraussetzungen. Was auch die Tauchausrüstung hat. Das habe ich auch schon erwähnt. Maske, Schnorchel, Monoflos inklusive Bezug. Und je nachdem noch die Blei und Kurve. Wenn ihr nachher die Kursbeschreibung auf Kursdaten geht, könnt ihr den Kursort anwählen. Bern hat noch keine im Angebot. Im Moment ist es gerade nur in Bern. Und dann sagt ihr, wo unsere Kurs alle sind. Wenn ihr nachher mit dem Maus ganz runter geht am Bildschirm, könnt ihr den Ort anwählen, Bern. Gruppenkurs und dann noch das Datum vom Gruppenkurs anwählen. Oder wenn ihr sagt, wir sind weniger als vier Leute. Oder wir wollen nicht eine Ausgeschriptung haben. Dann könnt ihr auf Privatkurs gehen. Einen Wunschtermin angeben. Oder VIP. Und auch hier wieder einen Wunschtermin zum Angeben. Wir gehen noch ganz schnell zurück. Also bei den Kids und Juniors. Und zum Mermaid. Das ist dort eigentlich genau der gleiche Aufbau. Einige von euch kennen es jetzt halt schon. Andere vielleicht noch nie. Hier auch die Kursdauer, die jetzt halt sechs Stunden ist. Also Lektion Theorie und zwei Lektionen Pool. Die Ausrüstung, wie schon gesagt, ist inklusive. Und hier findet ihr dann auch wieder alle Infos zum Kurs. Und auch hier die Kursdaten. Wir haben aktuell nur zwei Kurs ausgeschrieben. Die würden uns aber sehr gerne einen Wunsch anpassen. Und würden noch mehr ausschreiben. Oder eben Privat- oder VIP-Kurs aufgleisen, wie das gewünscht ist. Gehen wir wieder zurück zur Präsentation. Genau. Nochmal, dass es gesagt ist, Erwachsene sind herzlich willkommen. Alle Instruktoren sind ja auch Erwachsene. Ich leue noch ganz schnell ein paar Worte zu unseren Flossen. Wir haben mehrere Flossen von Theos Cabern. Und zwar habe ich mit Werner. Das ist ein Flossen von Mahina. Das ist ein Kinderflossen. Ab Schuhgröße 30. Und das wäre nachher so aus dem Beispiel, dass es gehört, als die Erwachsenenflossen. Wir kommen jetzt rein. Das ist die Gäbige zum Zeigen. Die haben einen mega coolen Bezug, der hier ankommt. Das ist jetzt auch wieder da. Sie machte mir jetzt den Bezugart Flossen an. Das sind genau so Sachen, die wir euch dann im Kurs anzeigen würden. So, Mahina Outfit. Jetzt auch für die, die es euch wünschen. Schöne Oberteile. Genau. Im gleichen Stoff. Das ist jetzt ein wenig nahe, dass ihr den Stoff mal anschauen könnt. Es ist also mega cool. Genau, dass ihr das alles so sehen könnt. Wir haben aus anderen Marken eine Pink Vanille. Das ist das hier. Jetzt seht ihr mich auch ein wenig weniger gut. Ich zeige es schnell. Genau, da seht ihr mich. Die andere zeige ich jetzt gleich nochmal schnell. Das ist die von Mahina. Die ganz cool ist. Und auch schön weich. Das ist die Flossen von Pink Vanille. Das ist jetzt die kleinste Größe von Klüpfergnet. Aus vergleich. Das ist nachher die grösste Flossen, die da drin ist. Und auch da haben wir ganz cool Bezug. Das ist jetzt ein Erwachsenenbezug, den man jetzt hier sieht. Genau. Oder es findet jetzt auch für die kleinste Flossen, die es gibt. Auch da gibt es mehr die Größe. Genau, gleich wie die Mahina. Die man nachher wirklich anpasst auch an die Fussgrösse, die man hat. Brüllen haben wir auch erwähnt. Das haben wir auch hier im Sortiment. Das ist jetzt eine sogenannte Freedriver-Brülle. Die sind ein wenig anders kommt später als Tauchenbrülle. Jetzt noch etwas zur Beute. Also es hat nicht nur eine Blase, sondern eine andere. Das sind aber alles so Sachen, die ihr eben genau in einem Kurs würdet können. Anprobieren, anlegen, testen und schauen, wie ihr euch fühlt, bevor ihr überhaupt in ein eigenes Equipment investiert. Genau. Im Moment haben wir, wie gesagt, die zwei Marken, die wir bei uns im Laden haben und auch für Kurs werden brauchen. Also Pinkmanil, Schweizer Marken und Mahina. Wer sind mehr Jungfrauen bei uns? Wir sind aktuell bei TSK Bern drei mehr Jungfraueninstruktoren. Also wenn ihr einen Kurs buchen, werdet ihr dann entweder auf Daniela, auf Manuela oder auf mich treffen. Oder auf alle drei, je nach Gruppengrösse. Und wir freuen uns mega, mit euch Kurs zu machen. Wie gesagt, es ist nicht nur für Erwachsene. Wir sind selber ganz aufgeregt, dass wir endlich mit diesen Kurs starten dürfen. Wir wären am Schluss der Präsentation angelangt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dürft ihr uns gerne ein Mail an bern.tsk.ch machen. Oder während der Öffnungszeiten anrufen. Und dann beantworten wir euch das sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Danke auch an diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufnahmen anschauen.